Warum wächst du mich? Hau ab! Hau ab! Schön, dich zu sehen. Wie geht es euch? Könnte besser sein. Sei froh, dass Herr Ratz sich dich in seinen Dienst stellte. Wie ich hörte, gehst du sogar mit Herrn Karpon jagen. Ach, das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ah, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt. Also dachte ich, du könntest helfen. Ich weiß nicht. Ich bin kein so guter Jäger, dass ich alle Flüchtlinge versorgen könnte. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter Gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublüte. Verstehst du? Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt. Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Aber du gehörst Herrn Razzis Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Ich kam mit einer Schlägerei mit Herrn Hans durch. Also werden sie mich wegen ein paar Hasen schon nicht aufknüpfen. Danke, Heinrich. Das weiß ich zu schätzen. Der Schneider bat mich um ein paar Hasen, um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten. Alles klar. Ich bringe dir welche. Hab Dank. Du bewahrst uns vor dem Hungertod. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ich bringe mich um ein paar Händler ein Festmahl. Ich bringe mich um ein paar Händler ein Festmahl. Vielen Dank. 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 Ja. Jeppard! 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 H'zokat me! Messir! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020